Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Mascha und ich freue mich heute mit dir zusammen diesen 30-minütigen Ganzkörper-Yoga-Stretch zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und los geht's heute in einer Child's Pose. Nimm für deine Child's Pose deine Beine zusammen, lauf die Hände nach vorne und dann leg den Bauch, den Brustkorb auf deinen Beinen ab. Leg die Stirn auf der Matte ab und schließ gerne für einen Moment die Augen. Bring vielleicht nochmal ein bisschen Bewegung in die Position, schaukel mit der Hüfte von Seite zu Seite. Versuch eine bequeme Position zu finden und dann spür mal ganz bewusst in deinen Körper rein. Nimm wahr, wie du dich fühlst hier zu Beginn deiner Yoga-Praxis. Und dann lauf langsam mit deinen Händen weiter nach vorne, dass sich deine Ellenbogen von der Matte lösen. Halte die Hüfte weiterhin auf den Fersen. Versuch ganz viel Länge in die Wirbelsäule, in die Schultern und die Arme zu bringen. Dann lauf von hier aus die Hände rüber zur linken Seite. Halte deine Hüfte auf den Fersen und fern jetzt Länge in deiner rechten Seite. Atme ganz bewusst in die rechte Seite ein und aus. Wenn du mehr möchtest, kannst du die rechte Hand auch noch auf der linken ablegen. Mit der nächsten Einatmung lauf dich dann zurück zur Mitte. Und dann rüber zur rechten Seite. Versuch die Arme weiterhin schön lang gestreckt zu halten. Die Hüfte auf den Fersen und atme in die linke Seite. Wenn du mehr möchtest, kannst du die linke Hand auf die rechte legen. Halte den Nacken ganz entspannt, lass den Kopf locker hängen. Und mit der Einatmung lauf dann langsam wieder zurück zur Mitte. Komm kurz auf die Fingerspitzen, streck dich ganz lang. Und dann richte dich langsam auf. Bring die Hüfte über die Knie, halte sie hier. Und lauf mit den Händen noch weiter nach vorne, wie so ein Puppy Stretch. Lass die Arme lang gestreckt, schieb dich aus den Schultern raus. Und dann fügen wir hier so Cat-Cow-Bewegungen hinzu. Mit der nächsten Ausatmung runde dich aus dem oberen Rücken, schieb die Hände in die Matte. Einatmen, öffne die Körpervorderseite, heb den Blick. Ausatmen, wieder runden. Einatmen, lass dein Brustbein nach unten sinken, schau zu den Händen. Ausatmen, runde dich aus dem oberen Rücken. Einatmen, schau nach vorne. Noch eine letzte Runde. Ausatmen, mach dich ganz rund. Einatmen, das Brustbein sinkt nach unten. Und diesmal bleib hier, leg gerne die Stirn auf der Matte ab. Versuch die Ellenbogen in der Luft zu halten. Zieh den Bauchnabel nach innen, um den unteren Rücken lang zu machen, wenn du dich aus dem oberen Rücken aufdehnst. Letzter Atem zu Kie. Dann setz die Ellenbogen auf der Matte ab, halte sie schulterbreit und zieh die Hände hinterm Kopf zusammen. Wir wollen noch ein bisschen mehr in die Öffnung der Oberarme und der Schultern reingehen. Versuch die Muskulatur, um den Nacken entspannt zu halten. Lass dein Gesicht den Kiefer entspannt. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Und dann löse langsam die Hände. Setz sie wieder schulterbreit auf der Matte ab. Heb den Blick. Und dann komm zum Liegen auf die Matte nach unten. Leg den Bauch langsam ab. Setz dann deine Hände außerhalb der Matte in Schulterhöhe auf. Hebe die Ellenbogen zur Decke bis auf den Fingerspitzen. Und mit der Einatmung roll dich langsam aus dem oberen Rücken nach oben auf in eine Cobra. Ausatmen, bring die linke Schulter zur Matte nach unten, dreh dich über rechts auf. Linke Wange kommt zur Matte. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Ausatmen, rechte Schulter geht nach unten, roll die linke Schulter auf. Einatmen, komm zur Mitte. Atme tief in den Brustkorb. Ausatmen, linke Schulter tief, roll die rechte Schulter auf. Einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, rechts tief, roll dich über die linke Seite. Einatmen, komm zur Mitte. Noch eine Runde so. Ausatmen, links geht tief. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, rechts tief. Einatmen, zur Mitte. Und ausatmen, langsam wieder lösen. Leg den Brustkorb auf der Matte ab. Wir gehen in eine kleine Öffnung noch für die Schultern. Leg den linken Arm auf 90 Grad neben dir auf, wie so ein Kaktusarm. Setz die rechte Hand neben dem Brustkorb auf. Roll die rechte Schulter zurück und jetzt dreh dich über die Seite. Wenn du möchtest, kannst du den rechten Fuß hinter dir aufsetzen, um dich noch ein bisschen weiter einzudrehen. Versuch ganz bewusst jetzt in deinen Brustkorb ein- und auszuatmen. Und hier mit deiner Atmung noch mehr Platz zu schaffen. Komm langsam zurück zur Mitte. Seitenwechsel. Rechter Arm auf 90 Grad. Setz die linken Hand neben dem Brustkorb auf. Und jetzt roll dich langsam über die rechte Seite. Setz den linken Fuß hinter dir auf, wenn du möchtest. Und bleib hier. Zieh die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen. Und atme wieder in deinen Brustkorb. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge hier. Und dann komm langsam wieder zurück zur Mitte. In Bauchlage setz die Hände neben deinem Brustkorb auf. Stell die Füße auf. Schieb die Hüfte Richtung Fersen zurück. Und dann komm von hier aus in deinen herabschauenden Hund. Schieb die Hüfte zur Decke nach oben. Streck langsam die Beine. Und dann bring ein bisschen Bewegung in deinen herabschauenden Hund. Beug deine Knie rechts, links. Schau, was sich für dich hier gut anfühlt. Nimm dir einen Moment Zeit, um in dem herabschauenden Hund anzukommen. Dann finde langsam zur Mitte. Komm auf deine Zehenspitzen. Heb die Fersen an. Beug nochmal beide Knie. Schieb den Bauch Richtung Oberschenkel zurück für ganz viel Länge in der Wirbelsäule. Und fang von hier aus langsam an, die Beine zu strecken, soweit es für dich möglich ist. Und schau zu den Händen nach vorne. Lauf jetzt langsam mit den Füßen Richtung Hände. Wenn du vorne angekommen bist, komm mit der Einatmung in eine halbe Vorbeuge, streck dich lang. Ausatmen, beug die Knie, greif die Ellenbogen und schaukel hier nochmal von Seite zu Seite. Lass dich ganz locker nach unten hängen. Schüttel gerne den Kopf. Ja, nein. Und dann löst die Ellenbogen. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel bis zum Stehen nach oben. Lass deinen Kopf als letztes nach oben kommen. Wenn du in Tadasana am Anfang der Matte angekommen bist, zieh die Schulter nochmal zu den Ohren nach oben. Lass sie locker nach hinten unten sinken. Füße sind hüftbreit. Dann gehen wir durch eine Variation von einem Sonnengruß. Mit der Einatmung hebt die Arme an. Irvahastasana. Ausatmen, beug dich nach vorne. Beug gerne noch die Knie für die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, streck dich lang. Ausatmen, Achtung, setz den linken Fuß lang zurück und das linke Knie auf der Matte ab. Mit der Einatmung richte dich auf, heb die Arme über den Kopf. Ausatmen, lass das Becken schwer nach vorne unten sinken. Einatmen, heb nochmal den Blick, streck dich lang. Ausatmen, setz die Hände ab, den rechten Fuß neben den linken in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung roll dich nach vorne in eine Plank, Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, setz Knie, Brust, Bein, Kinn auf der Matte ab. Einatmen, schieb dich nach vorne in eine kleine Kobra, roll die Schultern zurück. Ausatmen, herabschauender Hund schiebt die Hüfte Richtung Fersen und dann zur Decke nach oben raus. Für drei tiefe Atemzüge hier. Deine Hände sind schulterbreit, Füße hüftbreit. Fächer die Finger schön auf, streck die Arme ganz lang und lass den Kopf locker hängen. Mit der nächsten Einatmung heb das linke Bein zur Decke an einen dreibeinigen Hund. Mit der Ausatmung setz den Fuß sanft zwischen die Hände. Setz das rechte Knie auf der Matte ab. Einatmen, richte dich auf, heb die Arme über den Kopf. Ausatmen, lass das Becken nach vorne unten sinken. Einatmen, heb nochmal den Blick, streck dich lang. Ausatmen, setz die Hände ab, den rechten Fuß nach vorne neben den linken. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Uttanasana, beug dich nach unten. Einatmen, komm zum Stehen, Ardvahastasana, heb die Arme über den Kopf. Ausatmen, Tarasana. Nochmal über die andere Seite. Mit der Einatmung heb die Arme, Ardvahastasana, heb den Blick zu den Händen. Ausatmen, Uttanasana, beug dich nach vorn. Einatmen, Adha, Uttanasana, halbe Vorbeuge. Ausatmen, setz diesmal den rechten Fuß zurück, rechtes Knie auf der Matte ab. Einatmen, richte dich auf, heb die Arme. Ausatmen, lass das Becken nach vorne unten sinken. Einatmen, heb den Blick, atme in den Brustkorb. Ausatmen, Hände zur Matte, linker Fuß neben den rechten, herabschauender Hund. Einatmen, roll dich nach vorne bis in die Plank. Ausatmen, wieder Knie, Brustbein, Kinn zur Matte, zieh die Ellenbogen nahe an den Körper. Einatmen, führ eine Cobra, öffne dich aus dem oberen Rücken. Ausatmen, herabschauender Hund schiebt die Hüfte zu den Fersen und zur Decke nach oben. Drei tiefe Atemzüge wieder hier. Versuch ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein- und auszuatmen. Letzter Atemzug, atme ein- und aus. Mit der Einatmung heb das rechte Bein an dreibeiniger Hund. Ausatmen, setz den Fuß zwischen den Händen auf. Bring das linke Knie zur Matte. Einatmen, richte dich auf, heb die Arme über den Kopf. Ausatmen, lass das Becken nach unten sinken. Einatmen, heb den Blick, streck dich lang. Ausatmen, Hände zur Matte, linker Fuß neben den rechten. Einatmen, Adha Uttanasana, streck dich lang. Ausatmen, Uttanasana, sink nach unten. Einatmen, komm zum Stehen, heb die Arme über den Kopf. Ausatmen, Tadasana. Sehr schön, wir gehen durch ein Vinyasa in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung heb die Arme, Arvahastasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, setz die Füße zurück in eine Plank und bleib hier mit der Einatmung. Aktiviere die Bauchmuskulatur. Ausatmen, entweder Knie, Brustbein, Kinn oder Chaturanga. Einatmen, Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Heb von hier aus mit der Einatmung direkt das rechte Bein an in einen dreibeinigen Hund. Mit der Ausatmung beug das Knie, öffne die Hüfte. Und dann bring Bewegung in die Hüfte, indem du ein paar Kreise machst mit dem Knie. Versuch die schön groß zu machen und dann nochmal Richtungswechsel, andersrum kreisen. Mit der Einatmung komm wieder in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, setz den Fuß sanft zwischen die Hände nach vorne. Setz das linke Knie auf der Matte ab. Mit der Einatmung richte dich auf, bring die Hände zu den Hüften, die Hüfte über das linke Knie. Das vordere Bein ist auf ungefähr 90 Grad. Dann bring den rechten Arm entlang des Körpers, heb den linken Arm zur Decke an. Richte dich auf mit der Einatmung. Mit der Ausatmung lehn dich rüber zur rechten Seite. Bleib dabei schön aufrecht mit dem Oberkörper. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und du solltest die Öffnung jetzt in der Vorderseite des linken Oberschenkels, im Hüftbeuger, vielleicht sogar bis in den Bauch nach oben spüren. Mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf, zieh beide Arme über den Kopf nach oben. Ausatmen, lass das Becken nach vorne unten sinken. Wir fügen hier Garudasana Arme hinzu. Lass die Arme vor dir auf 90 Grad nach unten sinken und kreuze den linken Ellenbogen über den rechten. Vielleicht kannst du auch noch zusätzlich die Arme umeinander schlingen. Lass die Schulter nach unten sinken. Nacken ist entspannt und dann heb die Ellenbogen sanft nach oben an. Wenn du möchtest, kannst du auch den Blick Richtung Hände heben. Dich vielleicht ein bisschen aus dem oberen Rücken öffnen. Atme wieder in den Brustkorb. Halte die Beine dabei ganz aktiv, schieb die rechte Ferse in die Matte. Dann langsam wieder lösen. Heb mit der Einatmung die Arme über den Kopf. Ausatmen, setz die Hände auf der Matte ab. Schieb dein Becken zurück für einen halben Spagat. Adhanumanasana. Flex den rechten Fuß. Du kannst auf den Fingerspitzen bleiben. Oder dich vielleicht langsam nach unten beugen. Wenn das zu viel ist für die rechte Beinrückseite, beug das Knie hier gern. Wenn du noch mehr möchtest, kannst du deine Hände auch nach vorne laufen. Finde eine Option, die für dich funktioniert. Und dann versuch hier ein bisschen zu entspannen. Entspann den Nacken, deine Kiefermuskulatur, den Punkt zwischen den Augenbrauen. Mit der Einatmung heb den Blick. Beug das vordere Bein wieder. Und dann lauf den rechten Fuß zur Außenkante deiner Matte. Nimm die rechte Hand nach innen. Lass die Zehen nach außen zeigen, Ferse nach innen. Das Knie zeigt über die Zehen. Für deine Lizard Pose. Du kannst hier entweder aufrecht bleiben, dich mit den Händen abstützen. Oder langsam mit den Händen nach vorne laufen. Vielleicht auch die Unterarme zur Matte bringen. Schau hier wieder, was für dich funktioniert. Und dann versuch ein bisschen loszulassen in der Pose. Entspann die Muskulatur um die rechte Hüfte. Stell dir vor, mit jeder Ausatmung lässt du ein bisschen mehr los. Nimm noch einen letzten Atemzug. Das Knie atme ein. Und aus. Mit der Einatmung richte dich langsam wieder auf. Und wir fügen noch eine kleine Öffnung hinzu. Öffne den rechten Arm über die Seite nach hinten. Schau zur rechten Hand. Du kannst hier bleiben oder den linken Fuß jetzt noch zu dir ranziehen. ihn vielleicht mit der Hand greifen. Wenn du den Fuß greifen kannst, achte darauf, dass dein Becken weiterhin nach vorne unten sinkt. Und wenn du möchtest, zieh den Fuß zu dir ran. Und sehr intensive Öffnung für die komplette Körpervorderseite und die Hüfte. Versuch entspannt weiter zu atmen. Und dann löse langsam den Fuß. Bring die Hand wieder nach vorne. Und lauf den rechten Fuß jetzt zur linken Seite deiner Matte. Wir gehen in die Taube. Bring den Unterschenkel zur Matte. Und dann schau, welcher Winkel hier für dich funktioniert. Je näher der rechte Fuß an der Hüfte ist, desto sanfter ist es für die Hüfte. Je weiter du den Fuß von dir wegsetzt, desto größer der Winkel im Knie ist, desto intensiver wird es. Achte darauf, dass die Öffnung aus der Hüfte kommt, du kein Ziehen im Knie spürst. Finde deine Position. Richte dich auf mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung lauf dich langsam nach vorne. Setz die Unterarme ab. Wenn du möchtest, kannst du auch die Stirn auf den Händen absetzen. Und dann versuch hier wieder zu entspannen. Langsam loszulassen in der Muskulatur um die rechte Hüfte. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen oben ran. Und stell dir vor, wie du mit jeder Ausatmung noch ein bisschen schwerer wirst und in die Matte nach unten sinkst. Nimm noch einen letzten tiefen Atem zur Kie. Mit deiner Einatmung richte dich langsam wieder auf. Setz die Hände ab. Stell den linken Fuß auf. Und dann heb mit der Einatmung das rechte Bein zur Decke nach oben. Dreibeiniger Hund und öffne die Hüfte. Ausatmen. Setz den Fuß zur Matte nach unten. Beuge hier gerne abwechselnd die Beine in deinem herabschauenden Hund. Spür mal, ob du einen Unterschied merkst zwischen rechts und links. Und dann wechseln wir die Seiten. Heb mit der Einatmung das linke Bein an dreibeiniger Hund. Ausatmen. Öffne die Hüfte. Beug das Knie. Bring Bewegung in die Hüfte. Mach ein paar Kreise mit dem Knie. Mach die wieder schön groß. Und nochmal Richtungswechsel. Mit der Einatmung komm in den dreibeinigen Hund. Streck das Bein zur Decke. Ausatmen. Setz den Fuß zwischen die Hände. Setz das rechte Knie auf der Matte ab. Mit der Einatmung richte dich auf. Bring die Hände zu den Hüften. 90 Grad im vorderen Bein. Die Hüfte ist über dem rechten Knie. Bring jetzt den linken Arm entlang des Körpers. Zieh den rechten Arm zur Decke nach oben. Einatmen. Finde Länge hier. Ausatmen. Lehn dich rüber zur linken Seite. Achte darauf, dich dabei nicht nach vorne oder hinten zu lehnen. Bleib schön aufrecht. Das ist nur eine seitliche Öffnung. Zieh den Bauchnabel nach innen. Spür hier die Öffnung in dem rechten Hüftbeuge. Mit der Einatmung komm wieder zur Mitte. Heb die Arme über den Kopf. Ausatmen. Lass jetzt das Becken nach vorne unten sinken. Einatmen nochmal hier für Länge. Ausatmen. Bring die Ellenbogen auf 90 Grad. Dann kreuz den rechten Ellenbogen über den linken. Wenn du möchtest, schling noch die Arme umeinander. Lass die Schultern nach unten sinken. Und dann heb die Ellenbogen ein bisschen weiter nach oben. Kleine Schulteröffnung wieder hier. Du kannst gerne den Blick Richtung Hände heben. Halte die Beine ganz aktiv. Schieb die linke Ferse in die Matte. Und atme in deinen Brustkorb. Vielleicht öffne dich noch ein bisschen mehr aus dem Brustkorb. Sehr schön. Letzter Atemzug. Mit der Einatmung löst die Arme. Heb sie über den Kopf. Ausatmen. Setz die Hände auf der Matte ab. Schieb die Hüfte zurück. Streck das vordere Bein. Flex den Fuß. Adha Hanumanasana. Du bleibst entweder auf den Fingerspitzen oder beug dich nach unten. Wenn es sehr viel ist für die Beinrückseite, beug gerne das Knie. Wenn du mehr möchtest, lauf gerne die Hände noch nach vorne. Zieh die Wirbelsäule, die Arme in die Länge. Halte das linke Bein ganz aktiv. Zieh die Kniescheibe nach oben, um die Oberschenkelvorderseite zu aktivieren. Dann heb wieder den Blick mit der Einatmung. Beug das vordere Bein. Und lauf den Fuß zur Außenkante deiner Matte. Für die Lizard Pose, dass die Zehen leicht nach außen zeigen. Das Knie zeigt über die Zehen. Bleib hier auf den Fingerspitzen. Oder lauf langsam mit den Händen nach vorne. Setz vielleicht die Unterarme auf der Matte ab. Entspann den Nacken. Lass den Kopf gerne locker hängen. Versuch die Muskulatur in der linken Hüfte zu entspannen, um hier in die Hüftöffnung reinzukommen. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge hier. Versuch mit deinen Gedanken ganz bei dir auf der Matte zu bleiben. Und dann richte dich langsam wieder auf. Beine bleiben wie sie sind. Mit der Einatmung öffne den linken Arm über die Seite nach hinten. Schau Richtung linke Hand. Bleib hier oder zieh den rechten Fuß zu dir ran. Greif den Fuß. Und wenn du den Fuß greifst, lass das Becken weiterhin nach vorne unten sinken. Zieh vielleicht von hier aus den Fuß noch zu dir ran, um die Öffnung in der Oberschenkelvorderseite noch zu intensivieren. Dreh dich leicht aus dem Brustkorb auf. Roll die linke Schulter zurück. Finde Länge in der kompletten Körpervorderseite. Und dann löse langsam den Fuß. Setz die Hand wieder vorne ab. Lauf den linken Fuß rüber zur rechten Seite deiner Matte für die Taube. Leg den Unterschenkel ab und finde hier wieder eine Position, die für dich funktioniert. Du kannst den Fuß näher zu dir ranbringen oder weiter von dir wegschieben. Achte darauf, dass du kein Ziehen im Knie spürst. Die Öffnung soll aus der Hüfte kommen. Richte dich hier auf mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung lauf dich langsam nach vorne. Setz die Unterarme ab. Und wenn du möchtest, geh vielleicht noch ein Stück tiefer und setz die Stirn auf den Händen ab. Und dann konzentrier dich hier wieder darauf, langsam zu entspannen. Loszulassen in deiner Muskulatur. Lass dich schwer in die Matte nach unten sinken. Und dann beobachte mal, wo deine Gedanken so hinwandern. Versuch sie bei dir auf der Matte zu halten. Bleib ganz präsent in diesem Moment. Nimm noch drei tiefe Atemzüge hier. Und dann richte dich langsam wieder auf. Setz die Hände ab, stell den rechten Fuß auf. Und mit der Einatmung heb das linke Bein zur Decke. Öffne die Hüfte. Schau, was du hier brauchst. Und dann setz langsam den Fuß neben dem rechten auf. Komm zurück in den herabschauenden Hund. Trete mit den Beinen ein bisschen rechts, links. Und dann gehen wir durch ein Vinyasa. Und mit der Einatmung komm nach vorne in eine Plank. Ausatmen. Ausatmen Chaturanga. Einatmung. Erdva Mukha Svanasana. Ausatmen. Adho Mukha Svanasana. Nimm zwei tiefe Atemzüge hier. Atme ein. Und aus. Tief einatmen. Und aus. Schau zu den Händen nach vorne. Komm zum Sitzen nach vorne. Spring oder lauf nach vorne. Streck die Beine vor dir aus. Und dann gehen wir in eine gebundene Version von Pashimuttanasana. Greif die Ellenbogen unter den Oberschenkeln. Leg den Bauch auf den Oberschenkeln ab. Halt hier die Verbindung zwischen Oberkörper und Bein. und schieb die Fersen weiter nach vorne. Dann lass den Kopf los. Entspann den Nacken. Schließ vielleicht die Augen. Und du kannst gerne hier bleiben für nochmal fünf tiefe Atemzüge. Oder die Arme lösen. Die Füße greifen. Oder einfach die Arme neben den Beinen ablegen. Und egal wo du bist, finde Länge mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung lass ein bisschen los. Noch einen letzten Atemzug hier. Mit der Einatmung heb den Blick. Ausatmen lösen. Komm zum Liegen auf die Matte nach unten. Zieh die Knie zum Brustkorb ran. Und dann gehen wir in einen Twist. Öffne die Arme in ein T oder auf 90 Grad. Lass die Knie über links fallen. Und schau über deine rechte Schulter. Lass die Bauchmuskulatur jetzt bewusst ganz locker. Spür, wie sich der Bauch anhebt und absenkt im Rhythmus deiner Atmung. Mit der Einatmung komm zur Mitte. Ausatmen. Lass die Knie über rechts fallen. Schau über die linke Schulter. Schließ gerne die Augen, wenn du möchtest. Versuch hier schon zur Ruhe zu kommen. Mit der Einatmung komm zur Mitte. Und dann finde langsam in dein Shavasana. Streck die Beine aus. Lass die Füße locker nach außen fallen. Öffne die Arme über die Seite. Nimm gerne noch mal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Lass alle Anspannung los. Lass die Atmung ganz natürlich fließen. Für die nächsten paar Minuten in Stille. In Shavasana. 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 Fange dann langsam an, deine Atmung wieder ein bisschen zu vertiefen. Bring Bewegung zurück in den Körper. Heb vielleicht die Arme nochmal über den Kopf. Streck dich ganz lang. Und dann beug die Knie. Komm zum Liegen zu deiner rechten Seite. Bleib hier für einen Moment. Halte die Augen noch ein bisschen länger geschlossen. Und dann komm in deinem Tempo in eine aufrechte Sitzposition nach oben. Spür hier nochmal für einen Moment nach. Beobachte, wie du dich fühlst jetzt am Ende deiner Praxis. Versuch zu beobachten, ganz ohne zu werten. Einfach nur wahrzunehmen. Und dann bring die Hände vom Herzen zusammen. Und schenk dir selbst ein Lächeln. Bring die Hände zu stehen für klare Gedanken. Zum Mund für ehrliche Worte. Zum Herzen und beug dich nach vorn. Danke dir. Schön, dass du dabei warst. Wie immer freue ich mich, wenn du den Like-Button klickst, wenn dir das Video gefallen hat. Ich freue mich über deinen Kommentar. Und wenn du meinen Kanal weiter empfiehlst. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke dir.